Wir sind heute in Griesheim im Café Deluxe mit den meisten Künstlern von Edith Music. Stereo fehlt heute leider. Ja, liebe Grüße an Stereo. Grüß er rum. Genau, der ist gerade krank. Aber wir denken an dich. In der Mitte haben wir einmal Hen Violet sitzen. Hi. Links Sean und rechts Aris C von Afroplanet. Was sieht's aus? Jo, fangen wir gleich an mit dem Interview. Und zwar, Edith Music ist euer Label. Wie seid ihr zu dem Label gekommen? Held, was möchtest du? Lady first. Ja, also Cleve, das habe ich dir irgendwo zu verdanken. Ich habe mal einen Song von dir auf deinem Blog. Oder du hast ein Buch geladen auf deinem Blog. Ja, und so hat dann auch der Manager von Elite Music mich gefunden. Der guckt nämlich gerne mal auf hiphop.de, was so abgeht. Und ja, da hat er mich halt auf Facebook gesucht und gefunden. Also so sind wir dann connected. Ja, und bei uns war das so, dass wir, das haben wir unserem Kollegen Adil zu verdanken. Der hat uns da so ein bisschen gemanagt und weitervermittelt an den Boss von Elite Music. Und hat uns da weiter empfohlen. Und ja, dann hat man sich einfach mal getroffen. Ein bisschen ausgesprochen. Und welche Ziele und Träume man so hat. Und die Verbindung stimmt auf jeden Fall. Also wir wollen alle in die gleiche Richtung. Und deswegen kam dann die Zusammenarbeit. Afroplanet, Elite Music. Wie ist es zu kommen, deutsche Musik? Elite Music ist ein neues und recht auch kleines Label. Hängt man da privat auch jetzt viel zusammen ab? Oder ist das dann eher auf die Studioarbeit beschränkt? Ja, okay, ich sag mal so. Natürlich hat man sich irgendwie vorher nicht gekannt. Jetzt die einzelnen Künstler. Die schauen noch nicht, kennen uns das schon. Wir sind ja zusammen mit F-Planet. Aber ich sag mal so, wenn die Gelegenheit auf jeden Fall da ist, dann nutzt man schon irgendwie die Freizeit, sich mal zu treffen, um über spätere oder zukünftige Pläne zu sprechen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag uns anrufen, wie okay, lass mal da und da treffen oder so. Weil ich meine, jeder ist irgendwie privat auch. Oder eine Privatperson hat irgendwie bestimmte Dinge zu erledigen. Und ja, aber sonst, wenn die Zeit, dass du da bist, oder wenn es irgendwie ansteht, oder wenn es sein muss, dann auf jeden Fall. Aber wir verstehen uns auch privat so. Ich denke mal, das ist auch wichtig, wenn man unter einem Label ist, dass man sich auch privat versteht und nicht jetzt einen auf, vor der Kamera jetzt einen auf, ja, Friede, Eierkuchen sozusagen. Aber ja, alles cool eigentlich soweit. Dazu muss man ja auch sagen, dass es noch relativ frisch ist. Und ja, was noch nicht ist, das kommt auf jeden Fall. Das wird noch. Ja. Ihr seid ja auch verschiedene Charaktere mit verschiedenen Musikstilen. Wie passt das alles beim Label unter einen Hut? Also, da will doch jeder sein Ding machen. Und ja, das kann ja jeder machen. Ja, wie du schon sagtest, verschiedene Stilrichtungen. Wir haben ja, was viele auch immer denken. Also, beziehungsweise haben es die Medien jetzt in letzter Zeit angestellt. Als wären wir eine Gruppe, eine Crew oder so. Wir sind einfach nur ein Label mit verschiedenen Künstlern. Also noch mal zum Mitschreiben. Elite Music ist ein Label. Hennweil ist eine eigene Künstlerin. Afroplan ist eine eigene Künstlerin. Wir wollen nicht mit dir arbeiten. Nein, wir wollen nicht. Bitte nicht in deinen Topf stehen. Nee, Quatsch. Ja, der Serie ist unser Reggae-Künstler. Also, wir sind alle Solo-Künstler. Der Gemeinschaftstrak zum Beispiel ist auch so eine Visitenkarte von unseren verschiedenen Stilrichtungen. Deswegen haben wir auch drei verschiedene Beats. Aber noch mal, du kriegst du deine Frage. Ich denke einfach mal, das ist halt das Problem, was hier in Deutschland ist. Dass man so direkt irgendwie alles über den Haufen kämpft, ja. Warum wir uns jetzt verstehen, sage ich mal einfach, weil wir auch letztendlich auch nicht nur Künstler oder Musiker sind, sondern auch Menschen. Ich denke mal, Toleranz ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und man muss auch, wenn man selber, man sagt ja gerne, wenn man selber respektiert werden möchte, dann muss man auch irgendwie den anderen Menschen respektieren. Genauso geht das, wenn ich respektiere genauso die Musik von Henn. Und ich gehe mal davon aus, dass die Henn genauso unsere Musik auch respektiert. Es ist keine Frage, ob das jetzt meine Lieblingsmusik ist. Aber Toleranz muss auf jeden Fall da sein. Und das ist auf jeden Fall unsere Grundbasis und Respekt natürlich, ja. Und die Menschen steigen. Und dann passt das schon. Und gerade diese Vielfalt macht ja auch das Label aus. Die meisten Labels sind ja so unterwegs, dass die Künstler fahren alle in eine Richtung. Und dann weiß man auch ganz genau, okay, das Label geht auch nur in die Richtung. Aber bei Elite-Music ist es genau andersrum. Dass jeder sein Ding machen kann und trotzdem sind wir alle auf einem Level. Und alles easy und deswegen. Ich würde aber sagen, wir sind einfach breit aufgestellt. Wir können alles attackieren, was wir wollen. Wir haben hier den Reggae-Bereich, wir haben Hip-Hop. Audi, Pop. Genau, Pop, Audi, Rocks. Alles, was ihr gerne mögt, habt ihr hier. Habt ihr genau hier. So sieht es aus. Bestellen. Henn du hat es gerade eben schon angesprochen. Und zwar, der Label-Sampler ist jetzt draußen. Genau. Seit dem 17.06. Und das Video Die Elite ist seit heute da. Seit gestern. Seit gestern. Ja, wie du schon gesagt hast, ihr habt drei verschiedene Beats und jeder rappt seinen Part. Oder macht seinen Part. Hat man, findet man da vielleicht nicht einen Beat, wo man sagt, jeder macht seinen Beitrag zu dem Beat. Und man macht einen Song, sag ich mal, anstatt drei kleinere. Ja, das wäre jetzt auch kein Problem gewesen, aber wir wollten das gerade hervorstechen lassen, also dass wir quasi auf einem Track drei verschiedene Beats und drei verschiedene Künstler haben. Also das war wirklich unser Gedanke dahinter, dass wir wirklich sagen, hey, wir sind keine Crew, was jetzt leider missverstanden worden ist. Ähm, nee, wir wollten jetzt einfach eine Visitenkarte. Einmal kurz Hallo sagen, hier, das Afroplanet steht für Styler. Styler Music. Der hat es richtig erwähnt, wir sind die Styler, keine Rapper. Ich glaube, das verwechseln, aber die meisten denken irgendwie, oh nee, Schwarze, die machen jetzt bestimmt einen auf Gangster. Also wir sind einfach Styler, wir haben unser eigenes Stil. Genauso ist die Hände, die kann man auch nicht vergleichen, irgendwie mit tausend anderen A&B-Sängerinnen. Sondern die ist außergewöhnlich. Und genauso der Stereo, der halt leider krank ist, der macht halt sein Ding auf Reggae, Dance, oder man kann ihn auch nicht in der Schuhklade stecken. Und ja, das ist das, was Elite ausmacht, ja. Dass man irgendwie nicht irgendwie überlegt hat, okay, man macht jetzt einen Track, wo alle jetzt irgendwie versuchen, ihren Stil, den Beat anzupassen, sondern jeder bringt sozusagen seinen eigenen Stil oder seine eigene Musik. Und man guckt halt, dass es irgendwie zusammen schon passt, ja. Aber letztendlich hat jeder sein eigenes Ding. So schaut es aus. Gut, ein Video ist ja jetzt draußen. Folgen noch mehrere? Habt ihr da noch mehr geplant? Ja, auf jeden Fall. Oder, ja, egal. Das nächste wird dann von der Hen sein. Nee, vom Stereo, genau. Vom Stereo wird das nächste sein. Zu dem Track Original. Und ja, das wird auch ein super Ding. Das ist ja hier auf dem schönen Sampler drauf. Das ist Track 3. Ja, genau. Also wer die CD schon hat, der weiß, auf was er sich betrifft. Was man machen kann. Ein junger, dicker Talent. Ja, eigentlich, dann kommt das nächste Video von der Hen. Und last but not least kommen wir mit unserem Track noch als Video raus. Da könnt ihr auch auf jeden Fall gespannt sein. Und, ja. Also, drei Videos insgesamt. Genau, drei Videos insgesamt. Und wie gesagt, Stereo, Hen, Effoplan. Die Reihenfolge. Da sind wir schön auf dem Laufenden bleiben. Ihr wisst Bescheid. Elite Music, baby. Was die Beats angeht, hat Stereo einmal selbst produziert. Helfen ist selber als produziert. Ich glaube, der Biffy, der hat fünf, also Stereo hat fünf Tracks oder Beats produziert auf dem Elite Sampler Track. Dann haben wir von uns, unser Produzenten, der Rob Grizzly, der schwarzlich und es ist schon okay produziert hat für uns. Grüße auch nochmal an dich, Rob. Natürlich, Rob Grizzly weiß, du bist einer der Besten. Und natürlich dann der Produzent von Hen Weidet, aber dass du sagst, ja, dass du sagst, ja, dass sowas. Ja, genau. Also, meine Tracks, also plus den Gemeinschafts-Track, also den hat ja der Brian Hüsner produziert, Verlieb dich in mich, das hat der Skorill ist ein Kollege von mir aus Offenbach. Von, ja, man kennt sich halt, man kennt sich. Deswegen kamen wir dann einfach neinander. Man kennt sich halt. Man kennt sich halt, ne? So ist es. Ja, und der Flow zum Gesang, das ist der achte Track, den hat der Rizbo produziert. Und ja, Rizbo kennt halt den Labelmanager, also sind wir halt irgendwie auch connected gewesen. Man kennt sich. Man kennt sich. Versteht ihr? One Love. So sieht's aus. Der Plan für den Sampler steht also schon, also die Videos, die jetzt noch veröffentlicht werden. Wie sieht's danach eigentlich aus? Habt ihr da schon genauere Vorstellungen, wie es weitergeht? Ja, also was Afroplanet auf jeden Fall angeht, wir haben eigentlich schon fast unsere ganzen Beats zusammen für unsere EP. Wir sind jetzt nur noch am überlegen, wie wir die Tracks am besten, also wirklich aus jedem Track das Beste rausholen. Weil in jedem Track steht, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial dahinter, ohne großartig Eigenlobe zu verteilen. Aber ja. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall fleißig am Machen. Wir nehmen uns jetzt auch richtig Zeit dafür. Wir suchen jetzt auch richtig nach dem Raum, damit wir nochmal richtig die ganzen Tracks durchgehen können und auch nochmal zusammen mit den Produzenten jammen können. Wir haben auf jeden Fall vor, noch mit ein paar anderen Produzenten zu arbeiten. Frankfurt Funk auf jeden Fall, Sounds and Flows. G-Funk. 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 Ja. Und das ist auf jeden Fall sein Sound so. Und Max in Your Face aus Wiesbaden und ganz viele weitere. Ja, da gibt's noch genug auf jeden Fall. Also Deutschland ist auf jeden Fall nicht arm, was Musik angeht oder talentierte Produzenten oder Nachwuchskünstler. Ja, Hermann, wie sieht's bei dir aus? Ja. Deine Pläne für die Zukunft? Ja, meine Pläne für die Zukunft. Ja, es steht einiges an. Also was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass Ende des Jahres, Oktober, November, so ein umgedreht, bis da meine Unplugged EP rauskommen wird. Also Gitarre, ja Live-Elemente auf jeden Fall. Das wird schon eine geile Sache. Da sind wir schon sehr gespannt drauf, also auf jeden Fall. Ja, und mehr kann ich nicht verraten und will ich auch nicht. Seid einfach dabei und bleibt alles mit. Gell, wir dürfen, wenn wir gleich alles verraten, dann sagt ihr so, ah nee, dann wollen wir die Idee ja nicht mehr kaufen. Ja, aber wir hatten das Glück, dass wir schon ein bisschen reinkommen. Ja, also ich sag, so viel können wir verraten. Die Frau, die hier rechts neben mir ist, Bombe. Ich mein das wirklich, Bombe, übertrieben. Ja, also nicht unterschätzen, wir kommen, Elite, ihr wisst Bescheid. Also Elite-Musik hat auf jeden Fall einiges vor. Auf jeden Fall. Also ich mein, das ist ja das, was ihr jetzt irgendwie gerade mitkriegt oder ja, das ist irgendwie das erste, das erste von Elite-Musik, das Baby sozusagen, ja. Klar müssen wir das promoten, wir lieben das auch über alles. Aber wie es natürlich auch so im Leben ist, wenn man ein Kind gemacht hat, dann hat man natürlich mehr auf mehrere Kinder sozusagen und so sieht es bei uns aus. Wir sind verliebt und also wollen wir noch mehrere Kinder machen. Noch mehr Kinder. Sprich mehrere CDs und Videos und was noch alles ansteht. Also ihr könnt auf jeden Fall auf dem Spannenden bleiben und ja, ihr hört auf jeden Fall noch von uns. Dann bedanke ich mich für dieses kleine Interview und die letzten Worte gehören dann euch. Auf jeden Fall bestellen unseren Sampler Elite-Musik-Volume-1. Ihr wisst wo, auf www.elitemusic.de. 10 Euro kostet das schöne Stück. Das ist auf jeden Fall mehr als 10 Euro wert, würde ich mal sagen. Ja, für jeden Fall. Und dann schlägt es mal so, ne? Das ist feierabend, was da drauf ist. Ja, ihr müsst ja echt bestellen. Ansonsten, ihr seht uns ja auch gerade hier böse am chillen mit der Shisha. Ja, mit der Shisha, so sieht es aus. Wir shischen gerade. Wir brauchen keine Shisha, wir shischen. Da wisst ihr auch wo, in Griesheim natürlich. Café Deluxe. Café Deluxe, ihr könnt Billiardspiel kommen, automatisch für unsere Kennings aus dem Vlog. Shisha rauchen, wer es chillig haben möchte. Und Marokujasaft. Marokujasaft. Kein Alkohol, gell? Marokujasaft. So sieht es aus. Fies. Marokujasaft.